Norddeutscher Rundfunk Plus hat der Abte abgenommen und nach Abschieben abgenommen. Was? Weißt du, was mich nervt zur Zeit? Wenn du durch Eichstätt durchläufst. Ich habe jetzt nichts gegen Ausländer, aber du siehst einfach nur noch Flüchtlinge. Abte ist gestern ins Gefängnis gekommen. Der Abte! Was? Was ins Gefängnis? Das sind wirklich nette Leute, als wenn du mal mehr mit denen machen würdest. Ja, weißt du, fühlen sich irgendwie auf. Also voller Mist, wirklich. Weißt du, wenn wir das bei denen machen würden, dann würden wir da vielleicht sogar eingesperrt werden. Wir halten sich einfach nicht an die Regeln und machen nur Scheiße. Wegen dieser Muster muss man nicht denken, dass alle Deutsche beschleppt sind. Oh Gott, bloß nicht wieder! Weißt du was Arschloch, verpiss dich! Ich würde mich diese Woche mal ins Flüchtlingsheim schauen. Ja, dass es unter den Flüchtlingen auch ein paar gibt, die vielleicht nicht ganz so okay sind, aber deswegen sind sie jetzt keine schlechten Menschen oder die haben hier auch ein Recht zu leben. Da ist aber der Unterschied, dass die deutschen Jugendlichen von hier kommen und die Geflüchteten irgendwo von woanders her marschieren. Wir haben uns mit dem Leben geholfen. Wir haben in den letzten Jahr die Menschen nicht gut gemacht. Die Menschen können sich nicht schlecht über die Liebe, sondern sie können auch ihre Angst und in jemandem. Aber sie müssen helfen, wenn unsere Aufmerksamkeit zu machen. Sie müssen diesen Menschen nicht viel lernen. Sie müssen gerne kommen und bleiben. Alles wird besser, nur glaubt in uns. Was? Was? Was ist jetzt das Problem? Was willst du? Was ist das Problem? Was ist das Problem?